Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir, heutiges Thema ist, du bist Münchner, wenn? Wir fragen die Leute, du bist Münchner, wenn? Und die setzen den Satz fort, mal gucken, wie das ankommt, ich hoffe, das Ganze gefällt euch und bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin Mohamed, ich komme aus Sendling. Marco, Christian, 16. Hallo, was geht ab? Mein Name ist Ali. Ja, das war's. 089? 089, lebt, digga. Ich bin Ekrem, Ecofresh, ich bin Albaner, ich komme aus dem Hasenberger. Hallo, ich bin Rodriguez, ich komme aus Frankreich, in Portugal. 580. Hä? Franzi, ja, wei. Ich bin Afghaner, Yasin, ich komme aus Feldmache. Mirabuda, ich komme aus dem Iran, Kurden. Okay. Ja, Bruder, und ich komme aus Lime. Ich bin Yelza, bin 15 und, ja, bin Albanerin. Ich bin Aladina, bin 16 und, ja. Aymir. Mirte. Tef. Mir. Kui? Stachos. Stachos. Wann bist du ein Münchner? Man ist ein Münchner, wenn man ein Kanake ist. Okay, was noch? Wenn du Smilodax kriegst. Okay, ja. Oder OG. Und? Oder du bist Münchner, wenn du schon mal Atk geraucht hast. Mhm. Oder Augustiner Bier getrunken hast. Okay. Hast du schon mal? Nein, Bruder. Nichts davon? Nein, nein, nein. Sicher nicht? Nein, nein. Ich mache das nicht. Das ist wichtig auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Weil man muss sauber bleiben, oder? Ja, ja, ja. Ähm, ja, Bruder, wenn du schon mal in einem hohen Club Fußball gespielt hast. In einem hohen Club. Sag mir mal. So 60 oder so. Weiß ich mal. Okay, oder? Dann bist du so einer, der wahrer Münchner ist. So original, original, original. Ja. 70er. Äh, ja, ja. 70er oder Münchner? München, Münchner, oder? Letzte Worte? Ähm, ich, mein Insta? Ja, sag. KW 0899. Äh, wann ist man Münchner? Bruder, wenn du Smilodax hast. Tricks? Ja, sowas, Bruder. Was noch? Firebird, Bruder, Firebird. Ja, Anzug, alles. Anzug, Oberteil, Hose. So, sieh mir mal ein paar Sachen auf. Einfach raus damit. Ähm. Wann bist du Münchner? Nui Vitor oder Gucci-Tasche, Bruder. Fake? Ja, immer fake, dafür original kein Geld. Oder ist fake-Tasche. Okay. Ja, okay. Ja, das gleiche, also Caneck-Outfit. Einmal nicht das gleiche. Caneck-Outfit, wie soll ich sagen, so Montclair-Weste. Breite Hose. Soll ich sagen, breite Hose. Aber alles fake oder original, Jungs? Ab und zu original. Wo, wenn es Adidas oder Nike ist dann original, natürlich. Ab und zu paar Stück können original sein, aber alles, Bruder, kannst du vergessen. Okay, und jetzt ein heftiges, was wirklich an München auszeichnet. Boah. Ein heftiges. Wo soll ich sagen? Walla Ziegenbad. Ziegenbad? Aua. So wie ich? Ja, Bruder Walla. Boah, keine Ahnung. Bruder, sagst du was. Seit Null? Das muss, das sowieso. Das ist so oder so ein Muss. Das so ist sowieso. Bruder, was zeichnet an München aus? Was zeichnet München aus? München. Die Natur, Bruder. Die Natur, die Natur, oder, Bruder? Natur? Natur und was? Was zeichnet noch aus, Bruder? Natur und der Sterne Himmel, Bruder. Ja, ja, Bruder. Auf jeden Fall. Ey, Insta 0,9 Unterschmacht. Passt schon, danke. Passt schon, ne? 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 Wann bist du ein Münchner? Was? Wann bist du ein Münchner? Weh, Bruder. Ja, wann bist du ein Münchner? Keine Ahnung, Digga. Wann, Bruder. Okay, wann bist du ein Olschinger? Bruder, sag mir das. Keine Ahnung, Digga. Irgendwas. Okay, was zeichnet München aus? Wann bist du ein stabiler Münchner, Bruder? Keine Ahnung, Digga. Wallah. Zu pervers. Boah, das ist normal, Digga. Du bist hier chill mit deinen Jungs. Fertig, Digga. Sag irgendwas, Bruder. Dann geh mal weg. Sag irgendwas. Harte. Sag irgendwas. Was soll ich sagen? Wann du Münchner bist? Eine Sache. Eine Sache, geh mal raus. Digga, 089 lebt, Alter. Einfach lebt, ne? Ja, Bruder. Scheiße. Schaube, Bruder. Geh mal weg, Alter. Bruder, ich bin Münchner, wenn ich immer Stress habe und so, oder? Ja, Mann. Genauso, mit Messer und so, geh? Ja, natürlich so, Bruder. Jusburg und so und da. Was noch? Hasenbergler. Alles, ne? Alles, alles. Ich auch so, genau. Genau. Du musst was Eigenes sagen. Wann ist man Münchner? Was? Wann ist man ein Münchner? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wann ist man Münchner? Digga, ich habe einfach das selbe ist. Vorrück, Digga, sag das einfach. Wenn man eine Münchner so geboren ist, aufgewachsen, chill. Okay, gibt es irgend so ein Merkmal, was ein Münchner aussieht? Keine Ahnung, nicht alle Münchner sehen gleich aus. Okay. Ich weiß nicht. Ich sage das Gleiche. Ne, nicht das Gleiche, man muss was anderes sagen. Was? Wir haben noch mal die Frage. Oh? Die Frage, wann ist man Münchner? Keine Ahnung, wenn man auf Oktoberfest oder so war. 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 Okay, was noch? Dann sag mir ein Brutales. Wann ist man 100% original Münchner? Wenn man die Stachhose mit Dirndl rumläuft, keine Ahnung. Mit Dirndl? Okay. So Leute, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch nicht gefallen. Ich danke euch für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal.